Ich hätte tot sein sollen, aber ich habe so laut Jesus geschrien in dem Moment und ich habe einen Frieden gespürt. Als es bei mir schon sehr turbulent losgegangen war mit meiner Karriere und ich so viel unterwegs sein durfte, ich war auf Tournee und kam gerade von einem Fernsehdreh zurück und habe einen Unfall miterlebt vor meiner Nase, auf diesem Rückweg. Und der Mann starb vor meiner Nase. Der Autofahrer vor mir hat ihn übersehen und das hat mir nochmal klar gemacht, wie nah man dem Ganzen immer ist. Und du kannst der Superstar sonst was sein und ständig auf Tour und alle himmeln dich an und du hast noch dein VIP-Bändchen. An dem Tag war ich super gestylt, klar, ich kam vom Dreh und dachte mir nur so, was bringt dir all das, wenn es um Leben und Tod geht? In dem Moment konnte ich nicht helfen mit meinem Aussehen oder ich habe Kontakte, ich war gerade in der Fernsehshow. All das bringt nichts. In dem Moment hat wirklich nur die Frage gezählt, was passiert danach? Und ich weiß, dass ich danach nach Hause bin und ganz neu für mich nochmal entschieden habe, dass ich, egal wo ich auftrete, ich möchte von der Wahrheit erzählen, die mich frei gemacht hat. Ich will keine Chance auslassen, dass ich wirklich am Ende der Tage dann sagen kann und zurückblicken kann. Und ja, ich habe Jesus hinterlassen. Ich habe Menschen, die keinen Ausweg für sich gefunden haben, habe ich einen Ausweg durch Jesus geben können. Kurz drauf hatte ich selber einen Unfall. Mir ist ein Fuchs ins Auto gesprungen. Mein Auto hat sich 100 Meter über der Autobahn überschlagen und bei 160. Ich hätte tot sein sollen. Aber ich habe so laut Jesus geschrien in dem Moment und ich habe einen Frieden gespürt, wie ich wusste nicht, dass es den gibt. Ganz ehrlich, ich habe den auch nie wieder danach erlebt. Mein Auto schleudert da rum und mir ging es gut. Meine einzige Sorge war, wo ist mein Handy? Ich muss meiner Mutter sagen, dass es mir gut geht. Und dann habe ich schon die Leitplanke vor Augen gehabt und wusste, ich würde sterben. Und es wäre okay gewesen. Ich hatte so einen tiefen Frieden und ich wusste, ich gehe nach Hause und es ist gut, es ist schön, es kann nur besser werden. All das war in dem Moment da. Jetzt glaube ich, dass Gott noch andere Pläne mit mir hatte auf Erden. Mein Auto war ein Totalschaden, nicht wiederzuerkennen. Nur die Fahrerseite blieb unbeschädigt und ich konnte rauslaufen, wie wenn nichts gewesen wäre. Und da wusste ich, wow, wenn der Tag gekommen ist, ich bin bereit, auch wenn es heute ist. Ich weiß, dass Gott noch Pläne hat, aber selbst wenn, es kann ja nur besser werden.